Hallihallo und willkommen zurück bei Crafted World und dem Projekt Weinkeller. Ja, schaut zwar noch nicht so aus, aber soll irgendwann mal einer werden? Die Dame scheffelt da schon brav. Ja, dass das Wasser weniger wird und Wasser brauchen wir, sehr cool. Und wir brauchen Fass, Mithril-Erz können wir herstellen, cool. Ja, dann stücken wir das mal aus, die Eisenluke, so. So, wie schaut es da aus? Okay, ich könnte mir aber auch Mithril-Erz kaufen, will ich aber nicht, wir haben noch nicht zu viele Goldstücke. So. So. Ja. Und dann gehst du. Was haben wir da? Ah, Steinwanzett. Gut. Hm. Ja. Dann wird das wieder mit Stein aufgefüllt. So. Wie schaut es denn oben aus? Okay. 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 Ich habe hier sieben. Ziegelmeine wieder. Da werden wir das ganz einfach jetzt so fertig machen. Passt. 22 bekomme ich noch. Ja, hier ist das Wasser wieder weg. Es muss doch anständig regnen. Habe ich schon den Regenzauber? Schauen wir mal. Ja, natürlich. Und wir können ihn basteln, bauen. Den Regenzauber. So. Da brauchen wir noch Spinnen. Ah ja. Und Wasser. Einmal gebastelt, kann man ihn so lange sprechen, bis das Nada hier oben weg ist. Den lege ich mal da mal kurz runter. So. Und wer weiß, wo es jetzt... Ja. Es regnet. Cool. Dass ich der Brunnen fülle. Oder dieser Teich. Dieser Künstliche. Hey. Brunnen. So. Passt. Wohin. Gutes Bogenschützen. Hier graben wir weiter aus. Das wird der Boden. Ja. Wo? Da. Und schon erledigt. Das war nicht sehr ergiebig. Also diese zwei Pfützen da. Das wird eine langjährige Partie. Da ist hier rüben Meerwasser. Kommt hier. Mhm. Mhm. Na gut. So. So. Gut. Was können wir denn schon bauen? Alles. Was haben wir da? Wie kommen wir? Ah ja. Ein Fallschirm. Gut. Hm. Oh. Wieder ein bisschen Eisen machen. Ah ja. Und das funktioniert wie in der Mitte glaube ich Kohle und außen Eisen bekommt man Silber. Yes. So ist es. Und Gold bekommt man. Ja. So. Cool. Ja. Wenn man es nicht ausbuddelt, kann man sich so vorarbeiten. Wasser wieder weg. Irgendwas mache ich falsch. Schmoren. Ich kann doch immer kein Fass machen. Na gut. Hm. Das muss auch weg. Ja. Wasser sammeln. Wasser sammeln. Ja. Wasser sammeln. So. So. Ja. Dann kann ich hier doch mal beginnen mit dem Stein zum Einbauen. Gut. Mitril haben wir. Nett. Brauchen wir einiges. Mhm. Mhm. Na gut. Hm. Da liegt auch was. Ah ja. Der Fallschirm. Scharf. Rein. Rein in die Falle. In diese Richtung. Okay. Ah. Ich werde die Falle hier entfernen und ich setze sie dir auf. Echt jetzt. Ah. Da sind viele Bieren. Die brauchen wir dann. Mh. So. Äh. Ah. Da kommen wieder ein paar nette Gefährten. Mhm. In ein paar Minuten haben wir dann auch gleich wieder eine Invasion. sehr schön. Sehr schön. So. Ich lege mal den Hornzauber raus. Ah. Falle ist abgebaut. Die werden da mal gleich. Die bekommen eine auf den Kopf. So. Ich brauche jetzt meine Falle wieder natürlich. Ist noch nicht im Inventar. Ja. Ja. Ihr habt euch natürlich jede Menge zu erzielen. Ah. Ja. Ja. Ihr habt euch natürlich jede Menge zu erzielen. Ah. Ja. Falle. Sehr gut. Oh. Ja. Ich setze die auf. Marschiere ja in die Falle rein. Und hau nicht ab. So. Aktion Wänkeler. Mhm. Mhm. Woher wird jetzt nicht sein. Okay. Ich bin ja noch mal. Ach. Und bin ich noch nicht. Und da. Ich bin ja noch mal. Ja. Ich bin ja noch mal. Alles? Session. So, da kommt er nicht hin, denn, nur so, nein. So, Silberschwert, auch schön, aber ich brauche ein Fass. So, gut. Gut, oder nicht gut, das ist hier die Frage. Das muss voll gemacht werden. Ja, was mache ich jetzt mit dieser Höhle? Sie da auch so puttenmäßig was bauen, oder? Bursche, du musst da raus, sonst bauen die dich ein. Ja, genau. Moment, da baue ich auch noch schnell ein Gerüst hin. So, jetzt ist hier kein Thema mehr. Das kommt weg, das ist hier. Das kommt weg. Ah, ja, wir wollen doch unsere Türme weiterbauen. Ich habe mir überlegt, ob ich zwischen den Türmen nicht einen Dachgarten mache. Könnte doch wirklich nett aussehen. So, kommt ihr ohne Leiter nicht. Also, machen wir es mal so, ne? Module aus, ist okay. Die Steinbrücke, oh, wie schön. Dann mache ich doch gleich ein paar. Ich will ja Steinbrücken haben. So, Punkte scheffeln. Äh, 50 sind schon viel. Gut. Kann man die dann wieder abbauen. Hm. So, was war da? Ja, da war die Steinbrücke. Sehr schön. Wasser sammeln. Weg damit. Nicht. Nein. 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 Ja, wir sammeln mal das Wasser hier weg. Das kann ich, glaube ich, entfernen. Okay. Und er geht wieder. Na gut. Ach, oje. Ich brauche, ja, zwei Reihen Dreck, glaube ich, um einen Dachgarten zu machen. Also beginne ich da mal aufzuschütten. Hm. Das Dachgarten ist, Gott sei Dank, völlig scheißegal. Hm. Erde schwebt auch. Cool. So, das Ganze brauchen wir natürlich zweischichtig. Dass da auch was wächst. So. Wie schaut's da unten aus? Ja, das können wir wegnehmen. Cool. Das nehmen wir weg. Da tun wir noch Wasser sammeln. Mhm. Ich werde hier... Ja, ich werde hier einfach eine Brücke machen. Ja. Mhm. Ich denke, so wird das was. So. Eine gute Minute noch bis zum Angriff. Oh ja, und das Ganze muss auch schnell gehen. Mit den entsprechenden Drogen. Richtig. Ha. Warum ist immer noch keine... Äh... Falle da. Ich glaube, ich spinne. Ja. Irgendwer wird schon eingesteckt haben. Fallen lassen, demoliert, irgendwo hingeschmissen. Ah nein, das Schaf ist schon drin. Cool. Fangen. Ich hab total vergessen, dass ich es schon hingestellt hatte. Gut. Leute, Verteidigung ist angesagt. Kommt zusammen. Da ist jemand. Okay. Weit, weit weg. Zurück. Wo kommen sie? Da kommen sie her. Hinrichten. Die ganzen. Ungewünschten Gäste. Ja. Nichts abbauen. Ich hab das als gesehen angeklickt. Nicht abbauen. Ach, okay. Ihr müsst siegen. Und... Yes. 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 Na bitte. Ja. Ihr dürft wieder eurer Arbeit nachgehen. Super. Ja. 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 Ich brauche Leitern. Alles klar. Na gut. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Schaut wieder rein, wenn wir die Gegner fertig machen, an unseren Dachgarten weiterpasteln sowie am Weinkeller. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.